Meine lieben Abiturientinnen und meine lieben Abiturienten, ich heiße euch herzlich willkommen in unserer heutigen Deutschstunde. Mein Name ist Daniela Sadreves und ich bin heute eure Deutschlehrerin. Heute beschäftigen wir uns mit Aufgabe 5 in der Abiturprüfung auf dem Grundniveau im Fach Deutsch. Diese Aufgabe fällt vielen Abiturienten schwer und deshalb möchte ich euch einige Tipps geben, die euch helfen können, diese Aufgabe leichter zu meistern. Danach se bavimo petim Zadatkom nausne Raseni mature iz njemačkog jesika. Mnogi maturanti misle, da ovaj Zadatak pratežak, ali nadam se, da ćete nakonšto pogledat ovaj video promijenti svoje mischenje. Was lernen wir heute? Wir werden heute grammatische Strukturen wiederholen und diese grammatischen Strukturen in Beispielsätzen aus den Prüfungsheften richtig anwenden. Um mitmachen zu können, braucht ihr ein Heft oder ein paar lehre Blätter, etwas zum Schreiben wie zum Beispiel einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und natürlich das Internet, sodass ihr dann bei Handy, Tablet oder Computer mitmachen könnt. Ihr wisst auch, dass ihr das Video in jedem Moment pausieren könnt, sodass ihr, wenn ihr etwas nicht gut gehört habt, das Ganze noch einmal hören könnt. Die Aufgabe 5 im Prüfungsheft lesen ist ein Lückentext. Bei dieser Aufgabe sind die Antworten nicht angegeben, sondern ihr sollt die fehlenden Elemente selbstständig ergänzen. Es ist wichtig zu wissen, dass es sich hier um häufig vorkommende grammatische Elemente handelt, die fehlen. Viele Abiturienten denken, dass diese Aufgabe nur schwer zu lösen ist. Aber es sollen oft vorkommende grammatische Elemente ergänzt werden und ich möchte euch Tipps geben, wie ihr die Aufgabe lösen könnt. Peti zadatak u isprednoj knizici čitanje je zadatak nadopunjavanja. Kod ovog zadatka, odgovori nisu ponuđeni, nego samostalno morate nadopuniti riječi koje nedostaju. Važno je znati da se ovdje radi o gramatičkim strukturama koje nedostaju. Mnogi maturanti misle da je taj zadatak teško riješiv. Međutim, radi se o gramatičkim strukturama koje se često pojavljuju. I pokusat ću vam dati savjete, kako ovaj zadatak možete uspěšno riješiti. Die häufig vorkommenden grammatischen Elemente bei der Aufgabe 5 sind Pronomen, Konjunktionen, Hilfsverben, Präpositionen und Artikelwörter. Heute beschäftigen wir uns mit den Pronomen und den Konjunktionen. Auf den Folien, die folgen, werden wir konkrete Beispiele aus den Prüfungshäften zum Leseverstehen auf dem Grundniveau im Fachdeutsch lesen, analysieren und ergänzen. Die Prüfungshäfte könnt ihr unter dem Link bit.li-isbiti.dm finden. Danas čemu radit na konkreten Primerima iz izbitni knižice. Izbitne knižice možete pronoči na linku bit.li kosacerta izbiti dama. Fangen wir dann mit den Personalpronomen an. Die Personalpronomen sind ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. In den Prüfungshäften wird von den Abiturienten bei der Aufgabe 5 erwartet, dass sie die Personalpronomen als Subjekt ergänzen. So wie auch in diesem Beispiel hier. Wenn, Zeit habe, komme ich zu dir. Wenn ihr diesen Satz analysiert, könnt ihr sehen, dass es sich um einen Nebensatz handelt und dass das Subjekt fehlt. Das konjugierte Verb ist habe. Und jetzt dürfte euch die Antwort eigentlich auch nicht schwer fallen. Es fehlt das Personalpronomen ich. Und der ganze Satz lautet, wenn ich Zeit habe, komme ich zu dir. Und das Subjekt ist, wenn man sich um einen Nebensatz zu verabschieden. Wenn ich Zeit habe, komme ich zu dir. Die Personalpronomen werden auch dekliniert und werden im Dativ und Akkusativ gebraucht und dann sind sie Objekte in den Sätzen. Hier der Beispielsatz. Ich esse nur das, was schmeckt. Das fehlende Element bezieht sich auf das Subjekt ich. Und wir stellen uns die Frage, wem schmeckt es? Wem ist die Frage für den Dativ und daher lautet die korrekte Antwort mir. Ich esse nur das, was mir schmeckt. Osobne zamenice u rečenicama mogu preuzeti i službu objekta. Onda se koriste njihov oblik u Dativu ili Akkusativu. Auf dieser Folie sind fünf Sätze aus den Prüfungsheften. In diesen Sätzen solltet ihr die fehlenden Personalpronomen als Subjekt ergänzen. Na ovoj Folie nalazis se pet rečenica iz izbitni knižica. U ovim rečenicama treba nadopuniti os obno samenzu u službi subjekta. Macht eine Pause, liest die Sätze und ergänzt die fehlenden Pronomen. Kontrollieren wir. Oft essen im Stress, selten nehmen wir uns genug Zeit. Meist reicht es, wenn ihr das Verb findet und dann wisst ihr auch schon, welches Pronomen ergänzt werden soll. Aber manchmal, wie hier, müsst ihr nach Signalen suchen, damit ihr wisst, welches Pronomen fehlt. Lesen wir den Satz noch einmal. Oft essen im Stress, selten nehmen wir uns genug Zeit. Im zweiten Teil des Satzes ist das Subjekt wir und das müssen wir natürlich auch im ersten Teil des Satzes ergänzen. Der korrekte Satz lautet dann, oft essen wir im Stress, selten nehmen wir uns genug Zeit. Der zweiter Satz ist das, auf Klassenfahrten gibt keinen Klassenfahrten. Das Verb hier ist Gibt. Hier handelt es sich um eine Phrase. Und zwar lautet die Phrase Es gibt. Und deshalb steht bei dem Verb Gibt meistens das Pronomen Es. In diesen Worten haben wir den Klassenfahrten gibt. Und er ist oft ein Teil der Phrase Es gibt. Es gibt gibt immer. Und wir haben den Klassenfahrten gibt es. Der dritte Satz. Sehr schade ist, dass zu einer meiner Tanten keine gute Beziehung habe. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Nebensatz mit der Konjunktion Das und das Verb am Ende ist Habe. Deshalb fehlt hier das Pronomen Ich. Sehr schade ist, dass ich zu einer meiner Tanten keine gute Beziehung habe. In diesem Beispiel geht es um die Beziehung mit der Beziehung mit der Beziehung mit der Beziehung habe. Der dritte Satz ist, dass die Beziehung mit der Beziehung ist das Verb am Ende ist Habe. Und der letzte Satz. Jeden Tag räume im Supermarkt zehn Regale ein. Das Verb hier ist Räume ein. Und das Subjekt natürlich das Pronomen Ich. Jeden Tag räume ich im Supermarkt zehn Regale ein. Auf dieser Folie sind Sätze aus den Prüfungsheften, in denen ihr das Personalpronomen als Objekt ergänzen sollt. Also im Dativ oder im Akkusativ. Naue Folie, na was diese Recheninze ist mit nicht knižica, u kojima, je potrebno na dopuniti osobno Samlinzu u službi Objekta. Dakle u Dativu ili u Akkusativu. Macht bitte wieder eine Pause. Lest die Sätze und versucht die Pronomen zuerst selbstständig zu ergänzen. Kontrollieren wir eure Antworten wieder zusammen. Meine Großeltern freuen sich jedes Mal sehr, wenn ich besuche. Das Pronomen, das hier fehlt, bezieht sich auf das Subjekt meine Großeltern. Und wir stellen uns die Frage, wen besuche ich? Es fehlt also ein Pronomen im Akkusativ. Meine Großeltern sind sie und das Pronomen lautet im Akkusativ auch sie. Die richtige Antwort. Meine Großeltern freuen sich jedes Mal sehr, wenn ich sie besuche. Ein Praktikant kommt aus Slavonien. Wir verstehen uns super und es macht Spaß mitzuarbeiten. Das fehlende Pronomen bezieht sich auf das Subjekt ein Praktikant. Ein Praktikant ist er und vor dem Pronomen haben wir die Präposition mit. Hinter der Präposition mit kommt immer der Dativ. Und so lautet das fehlende Pronomen im. Und der ganze Satz. Wir verstehen uns super und es macht Spaß mit ihm zu arbeiten. und das Wort mit ihm zu arbeiten. mit ihm. Der dritte Satz. Liebes Tagebuch, heute vertraue ich ein weiteres Geheimnis an, von dem noch niemand weiß. Das fehlende Pronomen bezieht sich auf Liebes Tagebuch und wir stellen uns die Frage, wem vertraue ich ein Geheimnis an und dann lautet hier die richtige Antwort dir. Liebes Tagebuch, heute vertraue ich dir ein weiteres Geheimnis an, von dem niemand weiß. Und der letzte Satz. Am meisten gefällt es, dass ich lange schlafen kann. Das Subjekt ist hier ich und wir stellen uns die Frage, wem gefällt es, hier lange zu schlafen? Und die richtige Antwort lautet, am meisten gefällt es mir, dass ich lange schlafen kann. Ich habe in den Prüfungsheften auch Beispiele gefunden, in denen das Reflexivpronomen ergänzt werden soll. Das Reflexivpronomen ist sich und es wird dekliniert. Und es wird meistens im Akkusativ gebraucht. Welche Form gebraucht wird, hängt von der Person ab. Hier ein Beispielsatz. Ich freue dich zu sehen. Ich freue mich dich zu sehen. Ich freue mich dich zu sehen. Hier sind wieder Beispielsätze aus den Prüfungshäften, in denen ihr die Reflexivpronomen ergänzen sollt. Macht wieder eine Pause, lest die Sätze und versucht die Pronomen zuerst selbstständig zu ergänzen. Dann analysieren wir zusammen. Und hier der erste Satz. Wir verstehen mit allen Verwandten sehr gut. Das Subjekt in diesem Satz ist wir. Und wenn ihr euch die Tabelle ansieht, dann ist die Antwort ja auch nicht schwer. Wir verstehen uns mit allen Verwandten sehr gut. Der nächste Satz. Jedes Jahr freue ich auf die Sommerferien. Bei ich steht das Reflexivpronomen mich. Also, jedes Jahr freue ich mich auf die Sommerferien. Der nächste Satz. Ich muss sagen, dass ich freue, wenn ich zum Deutschkurs gehe. Das Subjekt ist wieder ich. Das Reflexivpronomen mich. Ich muss sagen, dass ich mich freue, wenn ich zum Deutschkurs gehe. Der nächste Satz. Ich habe dir schon geschrieben, dass ich mit meiner Mutter nicht gut verstehe. Das Subjekt ist wieder ich. Die Antwort also mich. Ich habe dir schon geschrieben, dass ich mich mit meiner Mutter nicht gut verstehe. Und der letzte Satz. Zuerst geht er schnell ins Bad, wäscht und macht das Frühstück. Das Subjekt ist hier er und das Reflexivpronomen sich. Zuerst geht er schnell ins Bad, wäscht sich und macht das Frühstück. Weiter geht es mit den Konjunktionen. Auf dem Grundniveau wird von euch erwartet, dass ihr die Konjunktionen und den und weil, wenn und das ergänzen könnt. Wo liegt der Unterschied? Sehen wir uns das an konkreten Beispielen an. Das erste Beispiel. Diesen Sommer werde ich aber jobben. Ich spare Geld für den Führerschein. In zusammengesetzten Sätzen müsst ihr immer nach dem konjugierten Verb suchen. Wie ihr sehen könnt, ist das konjugierte Verb spare und es befindet sich gleich an der zweiten Stelle nach dem Subjekt. Im zweiten Satz. Die Lehrer sorgen dafür, die Schüler auch auf der Reise etwas lernen. In diesem Satz befindet sich das konjugierte Verb an der letzten Stelle. Also bei den Konjunktionen und und denn befindet sich das Verb an der zweiten Stelle im Satz und bei den Konjunktionen weil, wenn und das an der Letztenstelle im Satz ist. U čemu se, dakle, razlikuje uporaba ovih veznika? U složen rečenicama uvijek treba potražiti poziciju konjugiranog glagola. U prvom primjeru konjugirani glagol nalazi se na drugom mjestu odmah iza subjekta, a u drugom primjeru na zadnjem mjestu u rečenici. Dakle, kot veznika und und denn konjugirani glagol se nalazi na drugom mjestu, dok se kot veznika weil, wenn, das konjugirani glagol nalazi na zadnjem mjestu u rečenici. Macht jetzt eine Pause, liest die Sätze noch einmal und versucht, die entsprechende Konjunktion zu ergänzen. Kontrollieren wir zusammen. Diesen Sommer werde ich aber jobben, denn ich spare Geld für den Führerschein. Und der zweite Satz, die Lehrer sorgen dafür, dass die Schüler auch auf der Reise etwas lernen. Hier sind wieder Beispielsätze aus den Prüfungsheften. In diesen Sätzen sollt ihr die Konjunktionen und und denn ergänzen. Das erkennt ihr an der Position der konjugierten Verben. Macht jetzt eine Pause, analysiert die Sätze und ergänzt dann die passende Konjunktion. Kontrollieren wir, ob ihr auch alles richtig gemacht habt. Am Wochenende organisieren wir Partys und tanzen bis tief in die Nacht. Das ist eine gute Vorbereitung für seine Zukunft, denn er möchte später gerne im Ausland arbeiten. Meine Familie ist ziemlich groß, denn mein Vater hat sechs Geschwister. Mit ihrer natürlichen Art und ihrer glasklaren Stimme hat die junge Sängerin das Publikum verzaubert. Weiter geht es mit weil, wenn und das Sätzen. Das erkennen wir daran, dass sich das Verb an der letzten Stelle im Nebensatz befindet. Macht wieder eine Pause, analysiert die Sätze und ergänzt die passende Konjunktion. Kontrollieren wir wieder eure Lösungen. Meine Mutter sagt, was sagt sie? Dass ich ungesund esse. Das Beste ist, was ist das Beste? Dass wir auch mit dem Computer arbeiten. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Warum muss ich mich beeilen? Weil ich noch Vokabeln lernen muss. Wir treffen uns am Wochenende. Wann treffen wir uns? Wenn wir Zeit haben. In der deutschen Sprache haben wir auch die sogenannten Infinitivsätze. Infinitivsätze sind Nebensätze, die kein eigenes Subjekt haben und die mit dem Infinitiv enden. Vor so einem Infinitiv muss das Wort zustehen. Am meisten macht es uns Spaß, an den schönen Sommerarbeiten durch die leeren Straßen zu gehen. Weiters haben wir noch zwei Beispiele aus den Prüfungsheften. Lesen wir sie zusammen. Ich hatte Angst, ihr etwas zu sagen. Und jeden Abend treffen wir uns alle vor dem Hotel, um am Strand entlang spazieren zu gehen. Meine lieben Schülerinnen und mein lieben Schüler, wir sind am Ende unserer heutigen Lektion. Ich hoffe, ich konnte euch die Aufgabe 5 etwas näher bringen. Macht jetzt bitte noch die Selbstevaluation. Heute solltet ihr lernen, grammatische Elemente in Sätzen zu erkennen und diese auch zu ergänzen. Ich hoffe, meine Tipps haben euch geholfen und ich lade euch ein, auch das zweite Video zum Thema anzusehen. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Abiturprüfung. Tschüss! Fine, bitte aus! Untertitelung des ZDF, 2020